so jetzt wollte ich einmal gucken gehen da hatten wir die andere dann gehe ich ihn mal ansprechen mal gucken ob er jetzt angebote hat da bin ich mal gespannt ob der typ irgendwelche angebote hat für uns ein paar angebote für die jetzt fehlt immer noch eine so danke 85 habe ich jetzt 15 fehlen noch dann können wir uns noch eine batterie leisten was immer schön ist wenn du wieder an die stellen zurückkommst sind da wieder lichter lichter wir tauchen halt immer wieder auf so wo lang war das jetzt hier noch mal hier runter und da drüben ist passiert da jetzt was mhm hallo vergessenes plateau schlosstor gefangen auf dem grund des wasser vergessenes plateau schlosstor gefangen auf dem grund des wassers kann das sein dass da überall sind vergessenes plateau schlosstor gefangen auf dem grund des wassers und das schlosstor ist eigentlich hier dann müsste hier einer sein ähm ich mach mal sonne dahin dann finde ich die ganondor wo ist das vergessene plateau schlosstor gefangen auf dem grund des wassers noch mal hier ist das vergessene plateau das ist das vergessene plateau ach so das ist genau so hier ok vergessenes plateau schlosstor gefangen auf dem grund des wassers vergessenes plateau schlosstor gefangen auf dem grund des wassers hier hier ist auch was da waren sogar solche markierungen da habe ich halt nichts gefunden bin ich der meinung ne dann hätte ich da ja schon was hm das ist knifflig nächster eingang zum geistertempel da habe ich die mine gefunden hier war das soll ich mal da gucken hier bin ich heruntergekommen aber hier habe ich auch noch nicht was entdeckt oder oder ist hier einfach nur eine wand gewesen das kann auch sein ach guck mal hier ist sowas und sowas hm was ist eigentlich hier das ist die mine Frage ist nur ob da wirklich was ist gucken wir einfach mal ich hatte ja nicht sofort vor wieder gar noch ein Dorf zu machen hm gut ich hatte doch eigentlich vor ähm das war da lang ne ja gegen Koga zu kämpfen nochmal aber ja das hat auch Zeit das kann auch noch kurz warten das müsste ja eigentlich klappen wenn ich mineiros maschine nutze dafür dafür brauche ich aber Waffen dann na gut Na, dann gucken wir hier erstmal weiter. Ähm, ich geh mal da hoch. Das kannst du mir erstmal hier. Na gut. Zack. Zack. Gut, dass der Anhaltspunkt diese Markierung erstmal noch ist auf der Karte. Dass wir wissen, welche Richtung wir kennen. Da sind Ehrlichter. Da sind noch Gegner. Da sind große Ehrlichter. Was ist das denn? Ein Ivarok. Okay. Das ist ein mit Miasma besitzener Ivarok. Da sind Gegner. Da hinten ist sogar noch eine Wurzel. Markierung. Hm. Vielleicht sollte ich erstmal Licht machen wieder. Da war die Wurzel. So. Was ist das? Achso, eine Wand. So eine Wand wieder. Warte mal. Achso, das ist die. Okay. Okay. Wauwau. Wauwau. Die ganzen Bäume, die hier im Weg rumstehen. Wenn ich Pech habe, lande ich echt im Miasma drin. Da ist wieder so ein Baum. Hmhm. Hmhm. Mal gucken, ob wir irgendwas begegnen. Hier. Begegnen, wo wir wieder flüchten müssen. Sagte der, er und. Mit Miasma in der Nähe ist das halt nicht so einfach, wenn hier alles voll ist. Messiges Ding. Hm. War ich nicht schon mal auf dem Weg hierher und gestorben? Ich bin der Meinung, ja. Aber genau so weiß ich das nicht mehr. Erstmal muss ich gucken, wo das war. Also zumindest die Wurzel aktivieren. Okay, da hinten irgendwann noch lang. Da ist ja noch eine. Da ist noch eine andere. Wie näher er ist. Hm. Vielleicht erst mal die nehmen. Dafür muss ich gucken, wo komme ich hier denn lang. Na gut. Platsch. 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 Hat er mich gerade gesehen? Ich gehe erstmal nochmal weg vor ihm. Ich glaube, das ist besser, wenn das Feld hier mehr gereinigt ist durch die Wurzel und das Licht. Hm. Wenn das hier hinreicht. Ist halt auch so eine Frage, ne? Na ja. Hier finde ich auch gerade gar keine Ehrlichter. Unterwegs. Hm. Was macht der denn hier? Da ist ja noch einer. Ist das du da? Reiseschwert. Inventar ist voll. Natürlich. Warum sollte mein Inventar auch nicht voll sein, ne? Hä? Warum duckt er sich denn da eben? Reiselanze. Autsch. Das tut gleich weh. Naja. Wir sind ja gleich da. Pasch. Das passt schon. Gut. Wo ist die Notch? Die Wurzel. Keine Ahnung. Okay. Pop, pop. Hm. Andere Wurzel war da hinten. Was ist das denn hier? Hätte ich das gerade richtig gesehen? Weil wir sind ja fast da. Müssen wir da hoch? Ups. Ich kann... Ich sehe nichts. Müssen wir da hoch? Sieht halt danach aus. Das ist noch eine Wurzel gewesen. Wird ja warm in dem Jahr noch nicht, oder? Nein. Die ist nämlich auch weiter weg. Die ist auch weiter weg. Autsch. Das Problem bleibt, dass nicht lange... Oh, hi. Tschüss. Meine Freunde machen das schon. Ich wollte ja was gucken, ne? Die Weise des Geistes. Hallo. Tschüss. Wow. Bom, 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 bom. Ich kann also durchlaufen, oder? Ja. Hm. Ich wollte nicht absteigen. Jetzt habe ich es trotzdem gemacht. Weil ich mir den falschen Knopf gedrückt habe. Springen konnte das denn gar nicht, ne? Mäh. Und hier eine Rakete? Mäh. Ich weiß halt, kommt man da hoch, oder nicht? Die kann man auch nicht verbinden, ne? Die da. Dass man damit durch die Gegend sausen kann. Okay, die. Hm. Pop, 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 pop. Wir haben gar nichts mehr zum Kämpfen. Okay, mache ich das halt so. Tschüss. Mache ich das eben so. Haben wir hier noch ne Wurzel irgendwo? Tschüss. Tschüss. Aha. Autsch. Geh weg. Aha. War wohl nix. Das war wohl nix. Hm. Wo ist denn hier noch ne Wurzel? Ich hab doch eine gesehen da hinten irgendwo. Also da irgendwo, glaube ich. Ich siehste ja gar nichts. Ist hier ne Wand wieder? Da ist wieder ne Wand. Natürlich. Hm. Hm. Die Frage ist halt, kommt man da überhaupt hoch? Okay, da war ein Gegner. Hm. Pop, 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 pop. Es ist halt ein bisschen langsamer am Wind, aber zum Glück kann man da durchs Miasma mitlaufen. Das ist halt der Vorteil. Ist da ne Wurzel? Da hinten sieht's so aus. Ich hab nur grad kein Bock zu kämpfen. Deswegen lauf ich mal an hier vorbei. Zumindest so gut es geht. Hm-hm. Ich weiss deine Energie. Äh, funktioniert das eigentlich? Wenn ich ihnen das gebe? Ähm. Geht das? Ich weiss das gar nicht. Wie ich damit zuhauen kann. Nice. Scheint nicht zu helfen. Mist. Vielleicht hätte ich die auch im Rücken anbringen sollen. Oh, das hilft halt gar nicht. Kann auch sein. Das kann auch sein. Das sieht aus. Du, wie mach was? Wie gemacht. Zack. Das scheint aber echt ein Stock weg weiter oben zu sein. Hm. Eigentlich kann ich auch erstmal da hin, ne? Es scheint halt wirklich da oben zu sein, irgendwo. Frage ist nur, ob man da hochkommt. Oder wirklich beim Schloss in den Abgrund muss. Äh, ich muss hier lang. Genau, ich wollte nämlich zum Kreuz sein, nennen. Hm. Pöp, 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 pöp. Wir schauen erstmal, was wir da kriegen. Glauben sind noch große Seelen wieder? Oder Ehrlichter? Na gut, Ehrlichter sind ja eigentlich Seelen. keine energie mehr schade dass die batterien genutzt dass man die nicht nutzen kann was haben wir hier mit hochjungen nein hier lädt er uns dann wieder auf das ist cool nur das da kann nur durch die gegend fahren mit oder abheben kann ich denen echt eine breitseite verpassen aber so richtig was haben wir denn hier eigentlich alles bräuchten noch so einen lenker batterie haben wir leider nicht ok der bautomatik den aber hier was hatte ich denn dafür pläne noch ja auch mit untergrund gehabt aber das problem ist das war nur ein flugteil ach wenn ich das ja anhab funktioniert es ja gar nicht stimmt ja naja nochmal flops 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 dann nehme ich noch eins davon dass wir damit nämlich wenigstens gas geben können erstmal zum abheben dann ist das ein bisschen weit hinten gelandet also ein bisschen weit vorne ja ups es geht alles ab das hasse ich ja da dran ich will nochmal das hier machen und gleich das andere dann zwar da hinzufügen noch klang 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 so nochmal aber diesmal richtig drauf platzieren so dann mal in die bautomatik rein und dann das ist das ding ne ja zu favoriten hinzufügen los geht's ne die faris russen das ist jetzt schon wieder gewesen da drüben wir müssen aber erstmal hier dran vorbeifliegen wir haben gar kein licht dran schade ist hier immer ne wurzel ich weiß nur dass ich keine energie mehr hab aber zum Glück fliegen wir noch ein bisschen aber auch nur ein bisschen warte mal hilft das abheben ich sehe überhaupt nichts hier in rennen ich hätte mal ne lampe anbringen sollen ähm wir sind viel zu weit weg von dem teil wo wir eigentlich hin wollten ich weiß nur nicht ob da ne wand vorne ist wahrscheinlich ne ouch das verschwindet gleich obwohl ich das selbst geholt hab muss ich muss ich vielleicht alle teile holen dafür ach da bist du ach da bist du ach da bist du ach da bist du hier kommt bestimmt gleich ne wand irgendwo ne vor allem ich wollte da hin erst lauf ich da hin hier war ein kampfplatz äh bin ich hier überhaupt nicht sicher ok hier ist ne wand scheinbar nein ich wollte grad springen aber das geht ja gar nicht stimmt ja voll vergessen wieder immer überall hin bleiben nice ist ja nur ne wand wie doof ist das denn hier ist ja echt überall ne wand er sollte mal ne wurzel legen wenn 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 hier irgendwo eine ist was ist denn da vorne hier so ein komischer gegner turm oder was hm ich bleib hier über hängen oh gott dum 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 ich will doch nur ne wurzel irgendwie finden das ist halt so mies dass es hier so dunkel ist ok jetzt bin ich hier wow ist hier echt alles voll der wand und was ist das ding da warte mal warte mal warte mal warte mal ist das ein block konstrukt das sieht halt dann aus hm ups ich wollte absteigen ist das ein block konstrukt ups sorry das ist ein block konstrukt hm hm ich wollte hm ich wollte nicht das ja äh komm mal her und einmal ein bisschen heilen und das von die sachen die ich so hab ich hab ja eh kaum was äh falsch ist dein kopf eigentlich weg ne ne hab ich ja bei den anderen malen auch nicht hingekriegt wow voll im miasma gerannt pong voll im miasma gerannt äh geht das hier gut äh ja das war's wow das ist ein 1er hm das ist nur ein 1er den hab ich aber hier auch dran ne ne da hab ich ein 2er dran stimmt hm hab ich das was das da ran zu machen das kann ich aber nur am tag im tagelicht nutzen ach das wollte ich gar nicht ich wollte das hier rücken machen naja 60 ok das ist schwächer naja naja da hinten ist noch ein licht also ne wurzel achso da war ich schon hm 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 die verlage ist halt ich wollte da hin aber da ist ne riesen wand davor ständig komm ich so nicht lang hm 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 das ist halt auch ne wurzel ne das ist ein einzelnes ehrlicht nice warum auch nicht ist das doof ey was ist das was ist das achso achso ich hab mich schon gewundert grad kleine steinmiasmus höh meine energie ey warum ist hier so ne riesen wand davor überall warum ist hier so ne riesen wand davor überall das ist doch schlimm das ist dann der beste weg eigentlich um dahin zu kommen hier hin zu gehen und dann hier lang hm na gut tschüss geh mal da lang geh mal da lang gut dann müssen wir hier lang was ist noch davor